Greg Walters präsentiert Fünf Jahre nach den Ereignissen aus die Sagen der Ahlerburg, es geht endlich weiter. Ein Mensch, der von der Magie beherrscht wird, ein Zwerg, der nicht zaubern kann, ein übergewichtiger Zwergelbe, ein hinkender Ork. Sie können die Welt retten oder vernichten. Die Fantasy-Saga geht endlich weiter. Der Orden der Ahlerburg. Die Farbsehersaga Band 5. Als E-Book, Taschenbuch und als Hörbuch ab dem 10. April erhältlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017